Ah! Klatsch! Nein, die wirkannst du so... Mal was gucken... Hä? Blöcke in der Welt, die durch die Mods selbst aufgenommen werden... Okay, normalerweise kriegt man das nur durch Creative Mode. Es ist kein normales Item. Okay. Also muss es irgendwo in irgendeiner Kiste sein. Aber weißt du was? Nee, warte mal, bevor du da irgendwas machst. Und dir das gibst. Lass das mal erst mal. Okay, dann warte ich. Warum gleich nochmal? Vielleicht musst du noch ein paar Questen erledigen, um das zu kriegen. Oder die Koordinaten zu kriegen dafür. Gibt es ja nicht. Hä? Wir haben jetzt nicht mehr so viele Questen, das ist es da ja. Das ist eigentlich so die letzte Quest, wo wir richtig viel noch hätten machen können. Hm. Ja, aber doch mal kurz. Nightmare Version 1. Das muss irgendwas in Nightmare sein. Was für Löcher hier war. Oder müssen wir den... Dark Dimension spawnen? Was? Ja... Den Vogel. Sehe ich den Vogel? Den Wisser, oder? Es stand da nichts mit Wisser. Mhm. Tschüss. Endscreen. Weg damit. Endscreen. Weg damit. Tauchen wir jetzt auf hier. Ähm. Okay, ich überflute mal eben das Ding. Ach, ist schon voll. Nightmare Version 0.01. Mhm, die Sägen ja. Warte mal kurz. Es stimmt nicht. Ähm. Ich tue erstmal ein paar Level hier rein. Obwohl du was sagst, wir haben ja noch genug von diesem Zeug hier, ne? Saga. So, da sind Blöcke sogar, okay. Ne, ich brauch irgendwie ne normale Wirkung, Mensch. Dafür die Rezepte einzusprechern. Wer bische bleibt, du? Eine Hose. Ein Oberteil. Schuhe. Kopf. Bezauber ich mir die wenigsten fett. Ein Helm. Ich bin so geil. Komisch, was man damit meint, ne? Ja, man kann's nicht, man kann kein Rezept anklicken oder so. Hm. Gar nix. Deswegen wundert mich das ja auch. Gibt's da auch noch. Das ist super. Tün tün. Tün tün. Schau mal, wie viele von diesen... Weil das wäre jetzt eigentlich nur... Das sind eigentlich so... Ich finde mal, das ist eigentlich nur der relevanten Kill. So Victory Kiss und so. Das ist alles nur noch mache und tue und verbinde hier was. Das ist ein bisschen langweilig. Ja. Also ich finde so, dass du ein bisschen Action hast, ja schon gut, aber... Wenn da wieder nix richtig erklärt ist... Und tschüss. Hast du gemacht? Ich muss noch mal in den... In's End rein und schulden sind wieder Gas da. Na klar. Ich weiß ja nicht, was du jetzt davor hast, aber okay. Äh, ich brauche hier noch Erz raus, du Vogel. Ach so. Das ist... Ex... Exmite... 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 Boah. Jede. Ach so. Das heißt eigentlich gar nicht so, dass ich brauche... ... Du meinst aber... A- 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 B- Da ist das mein Team, was ich brauch. Will ich mitten in dem Loch, das hier ist? Mitten im Loch? So richtig mitten im Loch? Oder mitten im Loch? Loch Loch oder mitten im Loch? Du hast das gesagt, nicht ich. Hättet. Wie hab ich denn davon jetzt? 12 Stück kriegt er insgesamt aus. Hab ich davon noch? Die Stücke gibt auch noch mal 8, dann reicht das für die Blöcke. Komm, wieder zurück. Und hier ist doch längst so ne Kiste versteckt oder so, ne? Ja. Bei dem Gebilde oder hast du nicht richtig geguckt? Ich hab jetzt einfach überflogen. Vielleicht ist hier sogar ne Kiste damit. Vielleicht ist das nämlich so ne Diskette. Kann das wie auch sein. Oder was auch immer. Aber da steht auch mit Fluid was, ne? Naja, das ist was anderes, das hat wieder nix mit tun. Also das ist wieder irgendwo einfüllen. Wir kennen das Spielchen ja. So. Fässer voll gleich 0. Scheint nix zu sein. Ne, deswegen. Bisschen komisch ist der Gendee, aber ja. Ich kann auch noch mal hin. Ah, du hast doch das Bean Van da, ne? Hm, helf's. Haben wir noch hier so. Sticks. Oder wie hießen denn nochmal? Ich weiß es nicht, Sticks bräuch ich jetzt einfach. Ich weiß wie man die Dinge abbaut. Achter, unter hatte ich ne Workbench. Ja. Ja, unter dem ME. Du hast da ne komische Workbench eingebauten. Ich hatte unter dem ME jetzt einen Workbench hingestellt. Loll. Ich hab unter dem ME einen Workbench hingestellt. Neee. Ich stand da. Als war das von da hinten, ne? Ich war das, ja. Und aus dem, diese anderen Worktable hab ich extra hingestellt. Dass das, ah. Was du so viele kleine Sachen zubrauchst, dass das einfacher hinging. Zu craften. Fell vom Hype Place. Nö. Ich bin tot. Hast du die Schuhe nicht mehr angehabt? Klar! Die Fässer-Vollstuhle hab ich an. Lol. Ok, ich spring nochmal rein. Ah. Jolo. Lol. Und kommt aber dennoch schon. Oh mein Gott. Ja, ich hab' überkommt man Schaden. Schau' mir alles nach. Miu. 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 Oh, ein Ender-Hive. Miu. Ok, mach' ich jetzt schnell. Miu. 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 Ihr seid kacke. Miu. 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 Ich bin noch nicht euer Ernst, Feind. Doch. Miu. Miu. Und ich bin in der Falle reingelaufen, aber. Was ist in dem Fall? da ging ein war so ein steg wo man nicht weiter laufen konnte das baut sich gerade auf da kann ich auch ich habe angst ja dann heul doch tschau haltet doch einfach mal das zum haulen sind noch zwei von den lingen und hier davon der große gas spuckt kleine gas sicher dies war nicht mit mir ich ernsthaft sagen keine kleinen bieten bekommen so kommt es ist komisch in ende soll der die hoch geht ist da irgendwas drinnen drauf auf? Nö. Die auch nicht. Ist hier irgendwas drin? Ich weiß es nicht. So eine 20-Schmine. Ja. Verdammte Axt. Ist behindert. Jetzt weiß ich, dass du das jetzt bist, aber... ... ... ... Ja, das war's.